Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop im Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Mit etwas Glück kommt ihr im Oktober gut durch, ohne dass die ganzen Spannungsaspekte mit der rückläufigen Venus euer Liebesleben allzu sehr belasten. Ihr erlebt Leichtigkeit und Lebensfreude und seid kreativ. Für euch und besonders für die Zwillinge-Ascendenten wirkt sich die rückläufige Venus eher im Jobbereich aus. Falls ihr deshalb oder auch aus einem anderen Grund Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch gern an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Informationen dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Ihr könnt die Beratung aber auch gewinnen, wenn ihr diesen Monat an meiner Verlosung teilnehmt. Und was ihr dafür tun müsst und wie das geht, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Gleich schauen wir uns die aktuellen Sterne vom Oktober an. Vorher noch der Hinweis, dass ihr euch über eure wichtigen langfristigen Tendenzen jederzeit in meinem Jahreshoroskop 2018 informieren könnt. Das gibt es als Video oder ihr könnt es in meinem Buch nachlesen. Und dort erfahrt ihr auch, welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, zum Beispiel die Spannung von Neptun, die noch über mehrere Jahre anhält. Jetzt im Oktober dreht sich alles um die rückläufige Venus und um den Pluto, wie ich das in der kosmischen Schwingung schon erklärt habe. Die Venus steht in eurem sechsten Sonnenhaus des Jobs und der Gesundheit und Pluto befindet sich in eurem achten Sonnenhaus der Verbindlichkeiten und festen Partnerschaften. Das ist ein Hinweis darauf, worum es gehen könnte. Ob ihr euch mit eurem Partner über eure finanziellen Wertvorstellungen einig seid und auch, ob ihr in eurem Job zufrieden seid und gut vorankommt. Liebe und Flirt scheinen sich nun besonders in eurem Jobbereich abzuspielen und eine Liebelei am Arbeitsplatz kann zu Komplikationen führen. Übrigens, auch wenn ihr auf einer Fortbildung seid, könnte sich eine Affäre zwischen euch und einem Kollegen entwickeln und wenn ihr dann wieder nach Hause kommt, müsst ihr erst mal sortieren, was ihr da angerichtet habt. Wenn alle Beteiligten frei sind, ist das hoffentlich kein Problem, aber wenn einer von beiden gebunden ist, würde die Sache weitere Kreise ziehen. Und weil die Venus am fünften und Oktober und bis zum 16. November rückläufig wird, können sich die Dinge ganz anders entwickeln als geplant und vielleicht aus dem Ruder laufen. Deshalb rate ich für den Oktober zu äußerster Vorsicht mit allen zwischenmenschlichen Angelegenheiten an eurem Arbeitsplatz. Vielleicht taucht auch eine Kollegin oder ein Kollege aus der Vergangenheit auf mit dem oder mit der mal was gelaufen ist und ihr müsst euch jetzt noch mal damit auseinandersetzen. Finanziell kann die Konstellation bedeuten, dass vielleicht Abmachungen, die an eurem Arbeitsplatz getroffen wurden, wieder rückgängig gemacht werden oder dass ein vereinbartes Gehalt nun doch in Frage gestellt wird. Da müsst ihr dann eingreifen und darauf bestehen, dass gemachte Zusagen auch eingehalten werden. Auch um Verträge, die ihr jetzt verhandelt, kann es ein Hin- und Hergeben. Deshalb achtet darauf, dass alle Abmachungen schriftlich festgehalten und abgesegnet werden. Gut möglich, dass eure Vorgesetzten durch unklare Signale zu dieser Situation beitragen, denn ihr habt ja Neptun im Karrierehaus stehen. Günstig für euch ist, dass die Sonne in der Waage und der Mars im Wassermann super Aspekte zur Zwillinge Sonne bilden. Deshalb fühlt ihr euch wahrscheinlich vital und habt auch Lust, Sport zu treiben. Wenn ihr einen Liebespartner habt, werdet ihr viel Spaß und schöne erotische Momente miteinander haben. Lilith und Mars stehen beide günstig für euch in eurem neunten Haus der Reisen und der Entdeckungen. Wenn ihr also Zeit habt, für einen kurzen Trip eurem Alltag zu entfliehen, wird euch das sehr inspirieren. Der Neumond am 9. Oktober fällt in euer fünftes Haus der Leichtigkeit und Lebensfreude. Deshalb ist er günstig für eure kreativen Pläne und persönliche Projekte und für alle Zwillinge, die auf der Bühne stehen. Wichtig ist nur, dass ihr solche Pläne mit Menschen absprecht, die euch wichtig sind oder mit denen ihr gemeinsame Verpflichtungen habt, damit nicht der Eindruck entsteht, ihr würdet nur an euch selbst denken. Das käme nämlich nicht gut an. Die Zeit vom 12. bis 14. Oktober ist besonders günstig für gute Gespräche, aber auch um auszugehen und nette Leute zu treffen. Am 23. Oktober um 13.22 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer sechstes Haus des Jobs und der Gesundheit. Das heißt, die beruflichen, finanziellen und zwischenmenschlichen Themen rund um euren Arbeitsplatz, die ich vorhin beschrieben habe, bleiben weiterhin Thema bis Mitte November. Der Vollmond am 24. fällt dann ebenfalls in diesen Bereich eures Horoskops und das auch noch in Spannung zu Uranus. Und da kann es dann noch mal richtig krachen, weil Vereinbarungen nicht eingehalten wurden. Und solltet ihr einen Flirt im Kollegenkreis begonnen haben, kann sich die Sache plötzlich sehr unerwartet wenden und jemand kann sich ganz unberechenbar verhalten. Es ist sogar möglich, dass euch so eine verwirrende Situation gesundheitlich beeinträchtigt und dass ihr nervös werdet und nicht mehr schlafen könnt. Zum Glück dauert diese angespannte Konstellation nur wenige Tage, also haltet um den Vollmond herum den Ball schön flach. Zum Monatsende ändert sich dann die Energie. Am 31. Oktober geht die Venus zurück in die Waage und der Merkur geht in den Schützen und beides ist günstig für euer Liebesleben und neue Begegnungen. Der Mond steht dann im Löwen, das ist gut zum Feiern und für euch steht er dann sowieso günstig. Deshalb solltet ihr zu Halloween ausgehen und euch amüsieren. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018 und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel jetzt in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung, also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.